servus liebe bowl of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit ein paar interessanten news denn theoretisch fallen mit the war within so ziemlich alle oder die wichtigsten server beschränkungen die euch am zusammenspiel mit anderen leuten hindern denn blizzard hat nachträglich noch bekannt gegeben dass ein paar sachen die aktuell noch im spiel sind fallen werden und die wollen wir uns in diesem video mal anschauen punkt nummer eins ist das thema cross realm gilden heißt also gilden die ihr über oder mit mitgliedern über mehrere server füllen könnt das wurde jetzt von blizzard bestätigt das sehen wir hier es wurde in einem q a gefragt wie sieht es denn aus mit cross faction content also content über verschiedene fraktionen hinweg korde und allianz spielen zusammen und da wurde gesagt cross realm gilt a coming in war within heißt es ist eigentlich jetzt vollkommen egal auf welchem server ihr spielt und ich bin mal tatsächlich also fast vollkommen egal es gibt schon noch ein paar sachen die zumindest bei manchen sachen die den server entscheidend machen so wie manche auktionshaus items also viele sind ja regionsweit beispielsweise hier so verbrauchbare gegenstände und so ein krams beziehungsweise vor allem handwerksgüter also stoffe leder all das deswegen ist das auch in so rauen mengen verfügbar hier zehn millionen schleierstoff bei verbrauchbar gegenstände sind die da auch dabei ich glaube ja ich ja sind sie auch dabei das ist server spezifisch dann natürlich auch so eine sache wie mit den work orders da gibt es ja noch keine info groß oder gab es erstmal nicht wie es da aussieht ob sowas weiter geführt wird in im kommenden patch oder im kommenden addon geht man oder ich gehe mal stark von aus und da ist es so wie auf dem server wie hier aschara wo nix los ist hast du halt auch sehr sehr wenige leute die diese work orders erfüllen können und dafür braucht man dann hat oder ist man halt schon noch auf seinen server angewiesen aber mit diesen cross realm gilden kann ich jetzt theoretisch in meiner gilde in der ich bin hier seal drin bleiben die aktuell auf aschara ist und ich könnte theoretisch auf blackrock gehen als server das wäre komplett wurscht und was der ganzen sache zugute kommt ist die tatsache dass mythische raids zukünftig ab tag eins der öffnung auch cross realm möglich sein werden das steht hier auch mit drin cross realm mythic restriction goes away too also aktuell ist das ja so theoretisch könnte ich jetzt auch mit meiner gilde fast jeden content bestreiten wäre ich auf einem anderen server also jetzt nur mal um das beispiel vorzuführen meine gilde ist auf aschara ich würde jetzt mit der eule auf blackrock gehen ich könnte mit allen leuten mythisch plus gehen ich könnte mit den normal raiden ich könnte mit den heroisch raiden das wäre kein problem ich zähle halt nur nicht für kills mit auf wobe progress weil ich nicht in der gilde bin das ändert sich ja dann mit dem kommenden addon aber mythisch raids das war halt das thema und da wir eine mythisch raid gilde sind ist das ziemlich doof zu beginn eines patches beziehungsweise addons ja eines patches viel eher war es immer so dass man nur mit leuten vom eigenen server raiden konnte mythisch und meistens wurde dieses cross cross realm mythic erst dann freigeschaltet wenn 200 gilden den kill auf dem endboss hatten beziehungsweise dann später die ruhmishallen gefüllt waren und auch diese restriktion entfällt dann komplett heißt ihr könnt wirklich fast spielen wo ihr wollt das ist komplett lax und ihr könnt trotzdem noch bei eurer liebgewonnenen gilde bleiben könnt mit denen alles zusammen spielen und könnt sogar den gilden chat lesen auch wenn ihr auf einem ganz anderen server seit als die gilde ursprünglich beheimatet war ist natürlich eine sehr sehr interessant interessante sache mit der server struktur ob sich da in zukunft was daran ändern wird ob das vielleicht sachen zusammenlegt weil die server als solches werden ja dann echt ziemlich ziemlich unwichtig und b auch was das sagt auch was das recruitment angeht ist das eine sehr sehr gute sache beispiel ist halt zum beispiel für uns wir sind jetzt nicht schlecht unterwegs sind glaube ich worldrank 500 paar 90 legen seit mehreren monaten bis jahren den endboss immer auf mythisch recht zügig für zwei raid tage aber aschara ist halt ein kack server auf gut deutsch und da ist es sehr sehr schwierig leute zu finden a auf dem server generell das ist schon fast unmöglich aber b auch leute zu finden die sagen okay ich möchte jetzt auf aschara wechseln zukünftig könnten dann gilden wie wir wenn dann sich jemand meldet vom server trall er sagt er will mit uns raiden kein ding kriegt dann gilden in weit und kann von anfang an mythisch mit rain also das ist eine ziemlich ziemlich coole sache und macht denke ich auch für gilden auf kleineren servern das leben ein bisschen angenehmer aber gut damit würde ich es auch gut sein lassen ich danke euch fürs zusehen lasst gerne ein abo da falls ihr noch nicht abonniert habt wenn ihr mich unterstützen wollt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video schauen wir uns mit euch messst euch automated bis zum nächsten 2 bis zum nächsten Halo bis zum nächsten ja bei euch